Musik 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 Gut, damit der Dachgarten ein bisschen größer wird Jawohl Den Fertileiser müssen wir noch ein bisschen warten Da brauchen wir die Mischungsschiene Beziehungsweise die Chemiestation Ja genau, die Chemiestation Chemietisch Habe ich schon geschaut Vom Material her geht es eigentlich Ich glaube, das hätten wir mittlerweile sogar alles Wirklich? Ich schaue noch mal Ich schaue noch mal, was alles dabei war Aber es war nicht zu schlimm, glaube Der Chemietisch benötigt Zweimal Messbecher, da bin ich mir nicht sicher, ob wir den schon haben Das brennende Fass kann man ja bauen Kochtopf dreimal, kurzes Eisenrohr 15x und Holz 40 Also der Messbecher ist eigentlich alles andere Der Messbecher Kann man herstellen Im Kochtopf könnte man ja im schlimmsten Fall aus der Forge Ich glaube, ihr lasst es mit der Forge Oder braucht man die Werkbank, das weiß ich jetzt noch Was ist das da hinten? Ist das ein Zeltlager? Irgendwo mittendrin ist ein Zeltlager von der Mie Also wenn du dich noch im Ort oder um den Ort Nein, 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 nein Ich bin im Wald Oh Es kann natürlich sein, dass das das Zelt gerade Oh, das war da vorne Oh Das ist aber auch ein Armeezelt Die Puste, die Puste Geht schnell aus Okay Eine Anmunitionskiste Okay Schau mal, da in dem Zelt ist auch niemand Und dann Steig bitte nicht auf eine Mine Dann beginnen wir mal Ich muss Acht geben, keine Puste mehr Nicht, wenn ich davonlaufen muss So So, dann scrappen wir mal die Dose Ja, also Dosen oder Eisenrohr oder so Das zerlege ich alles, aber Wir brauchen es derzeit nicht immer wirklich Na ja, Eisenrohre schon Ja Aber sonst irgendwas, das was in Grau ist und Die da könnte nochmal auffüllen, die Gläser Dann steckt sie das da Laufen wir mal kurz zum Wasser Okay Dann wird die gescrappt Dann wieder mal auf Ressourcen stellen Bisse Erde habe ich ja Und hier wieder Kleefeld frei wird Okay, was ist das? Ein Malerpinsel Und ein Kleehammer Oh, Kleehammer, super Malerpinsel Malerpinsel Weil ich vom Klee rede, ja Malerpinsel habe ich auch irgendwo reingelegt, weil man im Weg war So Na, da brauche ich mich die Forge zu füttern Malerpinsel So, die zwei Bäume da oder den Samen baue ich da jetzt einfach an Dann kriege ich den auch raus aus meinem Inventor Malerpinsel 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 Jetzt wird's eng. Ja. Jetzt schmissen wir mal die Baumwolle da raus. Natürlich muss ich noch mal wo reinschauen. So, und da war... Hier hilft nichts. Bring's nicht mehr unter. Ah, Stoffhitzen, oder? Kaffeesammeln. Da kann ich was machen draus. Die pflanze ich an, weil das bringt. Macht Sinn. Okay, wo habe ich die jetzt hin? Ah, da. Da kann ich das auch noch ausschmissen. Der eine Stoffhitzen, glaube ich. Zu tragisch. Ach ja, ich wollte die Kohle. Da ist ja der Typ drauf gesessen. Ja, dich zerlege ich. Jagdgewehrteile in Grau. Ist halt immer die Frage, ne? Zerlegen. Mit der Kohle kann man gute Forge anheizen. Das da kann ich noch essen. Das da kann ich noch essen. Die Forge muss jetzt blühen, durchgehend. Da bringen wir auch die Pfällspitzen mit. Mhm. Aber ich glaube, jetzt bin ich... Jetzt bin ich dann voll. Ja, das hat gar keinen Sinn mehr da noch rein schauen. Ich kann es sowieso nicht mitnehmen. Oder nicht einmal mehr die Feder. Okay. Ist dir kalt? Ja. Oder war das meine? Oh, das habe ich gerade gehört. Die meiner muss... Ach so, wäre ich im Pontschau auch noch wahrscheinlich. Kann ich mir dann mal rausziehen. Auf dem Platz. Du musst... musst du laufen. Ja, ja. Mach ich gut. Okay. Ich werde mal die paar Spikes rundherum wieder anbringen. Immerhin es sind 43 Stück. Ein bisschen Holz behalte ich mir, dass wir unseren Aufbau fertig bekommen. Hm? Mhm. Ah, da ist er. Puh. Schrecklich. Ich glaube, da... Ein Zombie läuft auf mich zu. Genau. Wild gewordenes Zombie. Wild gewordenes Zombie. So ist es. Kommst du auch rauf, oder erinnert? Nein, noch nicht. Okay. Ich mache da mal zu. Und da rein einmal raus. So, Äer hätten wir da wieder 46 Stück haben jetzt mittlerweile. Das drüge Wasser schmeiß ich dann gleich dort drin. Blei kommt da hier. Plastik da. Die Teller da. Ach. Wer ist denn da? Da ist ein... Das geht rüber. Das geht rüber. Ja, ich weiß. Du hast keine Beinchen. Das tut mir aber leid. Die Klo hier mal. Ist nicht. Okay. So, da... Das du... Oh, ich kann die Leiche nicht rausnehmen. Wurscht. Ich lasse da wer liegen. So. Da können wir Rezepte. Flasche Wasser. Ich zeig. Cool. So. Gut, das läuft einmal. Dann... Nehmen wir den Putscher weg. Wie ist sie? Da ist sie. Die hat Knochen... Stofffetzen. So. Jetzt kann ich dir was abnehmen. Was kann ich noch? Hm. Hm. Gut. Die Klausschäden. Okay. Dann machen wir den Pansel. Da. Kann man das jetzt irgendwie entfernen oder so? Ja, ja. Drink. Gut. Mit mir jetzt werden wir da. Kühler. Ziehen wir das auch noch an. So. Jetzt geht's rauf. So. Ah, nein. So. Bestens. Gut. 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 Oder nicht gut. Gut. So. Weiter geht's. Wie spät ist es? Ja. Da kann man noch ein bisschen was farmen. So. Dann schauen wir, dass wir da noch immer zu dem Lager hinkommen. Welches Lager soll ich mitgehen? Nein. Dieses Zeltlager da, was ich noch gehabt habe. Ich bin komplett voll. Hat keinen Sinn. Na, das macht keinen Sinn. Okay. Bei dir? Das war bei mir. Ich bin ein bisschen zu weit südlich, glaube ich. Kehr da rauf. Ich bin ein bisschen zu weit. Da, das ist so. Ich bin ein bisschen zu weit. Ah, da war ein Nest. Ja. Passt. So, wir verarbeiten die gleich. Ich habe 200 Pfeiler. Cool. Super. Das nehmen wir gleich weg. Bringt eh nix. So, dann schauen wir mal, was uns die Munitionskiste da gibt. Mhm. Das dauert die aufmachen. Ja. Oh, ja. Ist was Nettes drinnen? Zehnmal Flintenlaufgeschosse. Ja, ist okay. Nimm's, nimm's, nimm's. Nimm's nicht. Gut. Gut. Ich werde dann gleich mal wieder Specs machen. Spikes. Das wird checkt. Sieben ist natürlich... na, das kann ich mir... Ich brauche... was brauche ich noch? Clay. Stein, Clay. So, ich glaube, Stoff haben wir dann genug, weil da kriegt man immer jede Menge raus aus den Zelten. Siehst du, ich muss eh... Bandagen nachlegen. Bei mir. Na bitte, 205 Stoff. Das ist so ein kleines Zelt. Gut. Jetzt hat uns da letztens so ein Degeier so massakriert und sich giert. Na ja. Jetzt ist da keiner da. Ja. Einen haben wir ja erlegt, ne? Ja. Ich bin jetzt sogar da in dem Bereich unterwegs, wo der Zweite dann entschwunden ist, dazwischen. Die vorne ist da nirgendwo unterwegs. Ich hätte ihn da noch nirgendwo gesehen. Ja. Hoppla, so. So, dann bauen wir das dann ab. Das Tarnzelt. Clay. Achso, da habe ich schon Clay. Zweite Schaupel, so. Ich habe so viel Zeugs im Inventar. Und ja. Bisschen was Erde, okay. Das war's nicht. Ja, das war's. Das war's. So. Steinachs zerlegen wir wieder. Die nächste. Ähm. Die zweite Metallschaufel, auch nur grau, die ist dann auch schon wieder... Hast beide verbraucht? Mhm. Ja, ist okay. Da führst du ja jede Menge Erde. Ja, Clay und Erde. Okay. Ja, stimmt. Clay brauchen wir auch. Mhm. So. Okay. So, und jetzt ist sie. Dafür wieder einen Platz in der Inventar. Ich bin unter Forge. Scrap. Ja, wir werden schauen, dass wir in der Nacht unseren Verschlag fertig kriegen können. Ja. Ja, was ja halt Holz habe, ich weiß ja nicht, wie viel sich ausgeht. Aber natürlich das, was ja ausgeht, wenn wir investieren. Ja. Und das Häuschen da oben einmal fertig wird. So, ein chaotisches Hin- und Herlaufen. Ups. Da sind noch schöne, schöne Bäume. So. So, den nehme ich noch mit und dann geht's retour zur Base. Ja, es ist noch jede Menge zu tun. So. So, ich bin der Stoffkaiser der Neue. Ja. Wie viel habe ich schon? Mach ich. Wahnsinn. Ja. Ja, da werden wir dann bitte gleich Bandage mit machen. Ich wüsste noch nicht, wofür ich die sonst brauche. Kleidung? Kleidung kann man, die Stoffrüstung kann man machen. Mhm. Für die Torch? Torch. Braucht man es? Also, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nein, 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 nein. Das ist fett, ne? Das verarbeitet er. Und Holz. Passt hauptsächlich, tut er. Da ist mir beim letzten Mal nicht einmal aufgefallen, dass du jetzt andere Sachen brauchst, ne? Mhm. Etwas wieder mit Kohle. Ja, ja. So. So. Sammen. Ja. Bitte. Easy. So. So. Wären wir schauen, wie wir einfach kommen. Oh. Ich laufe durch. Es ist. Ich komm schon. Ich baue gerade die Pfeiler ab. Ich glaube, unsere erste Ernte ist ein zu fahren. Super. Ja. So. Den letzten Zellpfeiler dann noch weg. Ich werde dann noch ein bisschen Steinchen abglauben. Bist du weit weg? Hm, nein. Okay. Da werden ja noch jede Menge Baumstämme, aber die müssen wir dann das nächste Mal holen. Das geht jetzt nicht mehr aus. Ja, ich bin aber heute. Ich bin schon mal hier oben. Ich setze nur einen Frame rein, gell? Ja. Das mich hinter Rucks nichts überrascht. Ah, und wir können mal kurz weiter bauen. Gut. Ja, bis auf die Baumstämme und die Sandsäcke ist alles abgebaut. Machen wir uns auf den Weg. Zu Bs. Ich hoffe, es ist die Klappe. Ich hoffe, es ist die Klappe. Ja, bei mir. Ja, kann bei mir hoffentlich nicht gewesen sein. Okay. Ach, da ist er. Oh, so viele Götchen. Ja, 40. Oh, jetzt wird's knapp. Oh, du Kacke. ok scheiße ich glaube ich nehme mal die keule in die hand wo bist du? ich gebe dir luft unterstützung die ausdauer geht mir jetzt aus oh was? was? warum? ich sehe nicht war das ein kaktus? was hat mich da jetzt erwischt? hinter dir ist eine die läuft irgendwas hat mich gerade mächtig gestunnt ich habe keine ahnung warum ok sie hat aufgehört zu laufen komm nicht rauf jetzt blöde gut vorhin sie hat aufgehört zu laufen du bist da super passt wenn es euch gefallen hat deine worte daumen hoch abo lecken leute empfehlen nein ja schaltet jetzt beim nächsten mal wieder ein bei 7DS23 mit der tippa ja und mir dem anduin bis dahin bis dahin happy gaming und ciao 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 Bis zum nächsten Mal.